Die Eisenbahn war eine fundamentale Triebkraft für den Industrialisierungsprozess. Der Lokomotivbau kurbelte die Wirtschaft an und leistete Pionierarbeit. Städte und Dörfer werden miteinander verbunden, ganze Regionen leben vom Maschinenbau. Ballungsräume entstehen. Jetzt werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Bahn frei, mit Volldampf geht's in die Gegenwart. Der Bahnhof, das Tor zur Welt. Und zwar für alle Bevölkerungsschichten. Wer es sich leisten kann, reist komfortabel in der ersten Klasse. Das Fahrgefühl. Heute noch wie damals. Stoß an Stoß sind die alten Schienen aus dem 19. Jahrhundert verlegt. Die Lok. Original aus dem Jahr 1896. Restauriert und immer noch fahrtüchtig. Seit 1990 befindet sie sich im Museumsbesitz. Der Waggon. 1887 in Heidelberg gebaut und weit über 100.000 Kilometer gelaufen. Liebevoll aufgearbeitet, lädt er heute immer noch auf eine kleine Reise ein.